Hallo und herzlich willkommen bei Motorform. An dieser Stelle möchte ich mich zunächst einmal bei allen Zusehern und insbesondere bei allen Abonnenten ganz herzlich bedanken. Dieser kleine, unbedeutende Nischenkanal Motorform hat vor wenigen Tagen den 1000. YouTube-Abonnenten begrüßen dürfen. Ich weiß natürlich, dass es in der großen, weiten Welt der sozialen Medien nichts bedeutet. Das ist gar nichts. Mir bedeutet es aber sehr, sehr viel. Denn als ich vor ein paar Monaten damit angefangen habe, dachte ich gar nicht, dass überhaupt jemand den Kanal abonnieren wird und sich anhören möchte, was ich hier über Autos und manchmal auch über Uhren zu erzählen habe. Mittlerweile macht es mir sehr, sehr viel Spaß. Es ist viel Arbeit, auch wenn es sich danach aussieht. Aber Abonnements sind für mich weiterhin der Antrieb, mir wieder Sachen auszudenken oder eben auch neue Produkte von Motorform zu bewerben. Und wenn dann auch noch viele Kommentare dazukommen, ist es umso schöner. Das ist wirklich toll und deswegen nochmal herzlichen Dank dafür. Ich freue mich tierisch darüber. Eines meiner letzten Videos, die 5 Gründe gegen einen SL R107, ist relativ kontrovers diskutiert worden. Die ersten Kommentare waren noch eher konstruktiv mit Vorschlägen zu Alternativfahrzeugen. Im Laufe der Tage und Wochen allerdings kamen dann viele Kommentare dazu nach dem Motto Ihr habt doch keine Ahnung, du machst dieses Auto schlecht, was du erzählst, ist vollkommener Stuss. Okay, das gehört dazu. Das gehört zum Geschäft dazu. Ich habe auch nicht wirklich ein Problem damit. Aber ich habe den Eindruck gehabt, dass manche den Sinn des Videos nicht ganz verstanden haben. Was völlig okay ist, damit muss man leben, ist in Ordnung. Jeder soll seine Meinung haben. Dafür ist so ein Forum auch irgendwo da. Aber es hat mich jetzt dazu bewogen, doch ein paar Dinge klarstellen zu wollen. Ich bin seit Kindertagen, wie meine Zuseher da draußen offensichtlich auch, ein absoluter Fan dieser Mercedes-Benz Baureihe. Schon immer. Und ich besitze seit fast 30 Jahren ein solches Exemplar. Und habe so ein Fahrzeug nicht nur als Spaßauto bei schönen Tagen benutzt, sondern habe einen solchen SL lange Zeit auch als absolutes Alltagsauto verwendet. Und zwar für alle Gelegenheiten 365 Tage im Jahr. Bei schönem Wetter wie bei schlechten Wetter. Mit Sommerreifen wie auch mit Winterreifen. Und ich habe den Wagen, das muss ich zugeben, nicht diesen, aber den Vorgänger, auch teilweise sehr hart rangenommen, auch ein bisschen überstrapaziert. Und weil das auch thematisiert wurde, dieser 1989er 500 SL ist mein eigenes privates Fahrzeug und gehört zu meinem kleinen, bescheidenen privaten Fuhrpark. Und diese Baureihe ist die Basis auch für meine kleine Unternehmung Motorform gewesen. Und ich würde, glaube ich, so ein Fahrzeug nicht so lange besitzen und mich mit dieser Baureihe so auseinandersetzen, auch geschäftlich, wenn ich nicht einen absoluten Faible für diese Baureihe hätte. Das ist nicht der Punkt. Ich bin aber jemand, der Dinge nicht glorifiziert, nur weil er sie besitzt oder damit zu tun hat. Ich sehe eigene Dinge, übrigens mich selbst auch, durchaus kritisch. Und ich finde es okay, wenn man eben auch mal ein bisschen reflektiert über die Dinge, die man besitzt oder die man tut. Und ich bin weit davon entfernt, zu glauben, dass meine Meinung der heilige Gral ist. Überhaupt nicht. War ich noch nie im Übrigen. Und das weder, wenn es um Geschmack geht, noch wenn es um technischen Sachverstand geht, da schon mal gar nicht. Ich fand es aber irgendwie mal gut, den Wagen auch mal aus einer anderen Perspektive zu beleuchten. Und dass ich da eben hier und da zwei Herzen in der Brust habe, das sollte dieses zweite Ich praktisch darstellen am Anfang des Films, den ich hier oben übrigens nochmal verlinke, für diejenigen, die jetzt diesen Film sehen und überhaupt nicht wissen, worüber wir reden. Ich finde, es ist durchaus legitim, auch mal über Dinge zu reden, die vielleicht nicht perfekt sind. Auch wenn alle Nachteile an dem Fahrzeug vielleicht auch erklärbar sind oder logisch erklärbar sind. Aber man kann sie eben immer so und so sehen. Und ich finde es einfach interessant, auch mal so eine Diskussion anzuregen. Und ja klar, natürlich sollte der Film auch so ein bisschen anpiksen, logisch, um eben Kommentare zu bekommen und die Menschen da draußen zu veranlassen, eben teilzunehmen an dieser Geschichte. Und das ist mir offensichtlich auch gelungen. Und dafür bin ich auch wiederum sehr, sehr dankbar. Und ich bin dankbar für jeden Kommentar. Egal, ob es jetzt ein wohlwollender Kommentar ist mit Schulterklopfen, was natürlich sehr, sehr gut tut. Aber auch für Kommentare, die eher negativ sind und die mich wiederum auch sehr zum Nachdenken anregen. Aber gut, wenn jemand schreibt, du hast jetzt Stuss, dann ist das natürlich sehr pauschal. Damit kann ich nichts anfangen. Das muss schon genauer sein. Aber ansonsten bin ich für jeden Kommentar, wie gesagt, absolut dankbar. Dankbar vor allen Dingen deshalb, weil ich anhand dieser vielen, vielen Kommentare bemerke, dass die Menschen da draußen, also sie, dieses Hobby mit absoluter Leidenschaft betreiben. Und das macht Spaß. Und das veranlasst mich zur Hoffnung, dass unsere gemeinsame Liebe zum alten Blech noch lange wehrt. Das ist super. Weil das ist wichtig, dass die alten Autos überleben und dieses Hobby Oldtimerei nicht einfach, naja, als Spleen abgetan wird. Denn ohne diese alten Autos, ohne die Entwicklung, wird es die neuen, modernen Autos gar nicht geben. Das darf man nie vergessen. Das Ganze hat mich dazu bewogen, heute mal über fünf Dinge zu reden, die ich an diesem Fahrzeug liebe oder die mir eben besonders gut gefallen. Viel Spaß dabei. Musik Musik Fangen wir an. Punkt Nummer eins. Die Verarbeitung. Alles an diesem Auto wirkt wie aus dem Vollen gefräst. Das hat alles noch Gewicht. Ja, natürlich. Wir sind hier zu einer Zeit unterwegs, vor 50 Jahren, als natürlich grundsätzlich die Autos noch solider gebaut waren. Aber der SL ist da nochmal eine Stufe höher, finde ich. Jedes Teil, was man abbaut, hat richtig Gewicht. Die Stoßstange alleine wiegt sehr viel. Das ist ein Stahlträger, anders als bei der Pagode, wo das natürlich dickerer Chrom war, also dickerer Stahl unter dem Chrom, aber das ist zum Beispiel die Heckstoßstange, auch die Frontstoßstange bei der Pagode. Das ist eine Schale und da sitzt drin ein Bügel. Das war's. Hier ist unter der Chromschale ja noch ein Stahlträger erst mal. Und die US-Exportstoßstange ab 1974, um die US-Normen und Regularien zu erfüllen, ich glaube, der Wagen durfte sich nicht verformen bei einem Aufprall von 5 Meilen pro Stunde, also 8 Kilometer pro Stunde, durfte sich nichts verformen. Deswegen gab es dann irgendwann mal ab 1974 diese flexiblen Edelstahlstoßstangen. Die sind natürlich noch mal massiver, noch mal robuster, aber auch die Euro-Stoßstangen haben schon richtig Gewicht. Wahnsinn. Für Menschen, die nur moderne Autos kennen und irgendwie so einen Kotflügel abschrauben von einem 2023er Auto und merken, der ist irgendwie aus Kunststoff, das ist eben hier alles noch dickes Blech. Auch hier, jede Leiste, die hier verbaut wurde, teilweise zwei übereinander, das hat alles richtig Gewicht und ist richtig solide. Man muss nur mal, also wenn man es nicht unbedingt muss, so hätte man es lassen, aber wenn man mal das Instrument rauszieht, dieser Instrumententräger mit den drei Uhren drin, der ist ja nur gesteckt, der wird ja durch einen Riffelgummi gehalten, der ist ja nicht verschraubt. Wenn man den rauszieht und dreht den mal um, die Rückschale vom Tacho, das ist so eine Metallkappe, wenn man so will, die ist aber so hoch, wenn man die abschraubt und die mal auf die Waage legt, weiß ich, was die wiegt, 500 Gramm oder so, und das ist ja nur die Rückplatte des Tachos und die ist richtig schwer. Und so gibt es so viele Ecken an dem Auto, wo man merkt, das ist richtig massiv. Und es biegt ja, ich habe die Zahlen jetzt nicht im Kopf, 1700 Kilo oder so, was ja für einen kompakten Roadster auch nicht gerade wenig ist. Das setzt sich wirklich von vorne bis hinten fort. Die Türen, das ist richtig, das sind 20 Zentimeter, wenn man hier von oben rauf guckt, was die Tür tief ist, letzten Endes. Und das kommt nicht von der Türverkleidung. Die Türverkleidung, die baut gar nicht so doll auf. Es ist einfach diese Wölbung und diese vielen Wölbungen, die bieten halt extreme Stabilität auch. Also selbst wenn es, wie gesagt, der technische Sachverstand, der ist bei mir begrenzt, aber selbst wenn das gar nicht viel massiver ist, in echt, es sieht auf jeden Fall robuster aus. Das ganze Auto wirkt wie ein Panzer. Und so ist der ja auch meines Wissens nach Anfang der 70er Jahre, jeder kann mich gerne verbessern, auch mal in den englischsprachigen Medien so genannt worden. Ja klar war natürlich Ende der 60er Jahre, Anfang der 70er Jahre immer noch der Zweite Weltkrieg im Hinterkopf bei vielen Journalisten. Und alles, was mit Deutschland zu tun hatte, musste natürlich irgendwie mit dem Zweiten Weltkrieg in Verbindung gebracht werden. Aber man nannte den damals, glaube ich, den Panzerwagen. Zum einen, weil er eben ein bisschen robuster designt war im Vergleich zur Pagode, was ich in dem anderen Video halt so ein bisschen angekreidet habe. Sorry dafür. Aber zum anderen eben auch, weil er viel robuster nochmal gemacht ist, in allen Bereichen. Das ist wirklich beeindruckend. Punkt Nummer zwei ist für mich die Kombination von Oldtimer-Chrome-Charme mit absoluter Alltagstauglichkeit. Es gibt aus der Zeit wahnsinnig viele schöne Autos, gerade aus England bin ich ein großer Fan von englischen Automobilen, habe auch schon viele englische Automobile besessen, bis hin zu einem ganz besonderen Auto, erzähle ich aber mal anderem mal. Die haben aber meistens das Problem, dass sie dann doch letzten Endes nicht ganz so haltbar sind. Sie sind toll konstruiert, oftmals bahnbrechend. Also ich glaube, der erste Sportwagen mit vier Scheibenbremsen war, glaube ich, der Jaguar XK 120, glaube. Da waren die schon in der Zeit voraus, Ende der 40er Jahre, Anfang der 50er Jahre. Aber man hat halt doch oft das Problem, wenn man jetzt längere Ausfahrten macht, irgendwas geht häufig kaputt. Klar, ein gut gepflegter Jaguar, gut gepflegter Rolls, Bentley, die sind auch haltbar. Die sind auch bei vielen Belangen, wie zum Beispiel Motor, noch weniger ausgelastet als jetzt so ein Mercedes. Da ist viel Toleranz. Aber ich habe mit meinen englischen Autos deutlich mehr Pannen gehabt als mit einem Mercedes SL. Das muss ich hier an der Stelle zugeben. Und das spricht einfach für dieses Auto. Hat diesen Chromcharme der späten 60er, frühen 70er Jahre. Ist aber, da das hier in den 89er ist, wie eingangs erwähnt, schon ausgestattet mit Klimaautomatik, mit elektrischen Fensterhebern, mit Sitzheizung und vielen anderen Dingen. Mit getönten Glas und so weiter, beleuchteten Innenspiegeln, also Kosmetikspiegeln. Also viele Dinge, die man so aus den späten 80ern halt kennt. Da sind diese meisten Dinge auf den Markt gekommen für die breite Masse und die man halt aus den 90er Jahren kennt. Aber verpackt in einem Design von 1971. Diese Kombination ist einfach klasse. Und trotzdem ist der Wagen so alterstauglich, wie ein Auto eben Ende der 80er Jahre von Mercedes-Benz nun mal war. Es gab jetzt 126er, 124er, whatever. Und das finde ich halt wirklich toll. Man kann mit dem Wagen wirklich viele große Strecken fahren, in einem durch oder auch eine große Urlaubsreise machen. Und man muss nicht bange sein, dass da wieder irgendwas kaputt geht. Und diese Kombination finde ich super, super spannend. Das ist, mag für den manchen Oldtimer-Liebhaber auch sogar ein bisschen langweilig sein. Aber ich finde es unglaublich beruhigend. Und so macht es auch Spaß. Und wenn wir ehrlich sind, und da gibt es natürlich auch eine Menge Frauen, die dieses Hobby ernsthaft betreiben. In der Mehrzahl sind es aber die Männer. Und oftmals ist es doch so, wenn wir irgendwie eine schöne Fahrt machen und wir sagen, komm, lass uns mal den SL nehmen. Oder lass uns generell den Oldtimer nehmen. Dann kann es schon mal vorkommen, dass die Gattin sagt, ja, aber wer weiß, was da dann wieder ist. Muss das sein? Man kommt wieder der ADAC und so weiter. Und da kann ich auch ein Stück weit verstehen, man will halt keinen Stress haben. Aber wenn man so ein Auto hat und jedes Mal Angst hat, das zu bewegen, und dann nutzt man es nicht, dann verliert man die Freude daran. Und mit so einem SL passiert das relativ selten. Und da fahren die Frauen auch gerne mit, weil sie wissen, der ist vielleicht nicht so bequem wie das neue Altersauto, aber er ist genauso haltbar und genauso zuverlässig. Das ist ein Riesenfaktor, finde ich. Das ist natürlich auch der Grund dafür, warum der Wagen heute so beliebt ist. Warum eben wie kürzlich auf der Bremen Motor Classic alleine 33 oder 32 Mercedes SL angeboten wurden. Zwei Drittel davon, Baureihe 107 und ein Drittel 129. Das ist natürlich mit dem Grund. Das kann man gar nicht wegwischen. Man will halt Spaß haben, man will ein bisschen basteln, man will ein klassisches Auto haben, was nach Oldtimer aussieht. Man will auch authentische Technik haben, will jetzt keinen E-Type mit einem BMW-Motor drin haben, einen neuen, das ist auch langweilig. Also kein Hybrid, sondern man will eben ein authentisches Auto und gleichzeitig auch noch ein zuverlässiges. Also besser geht es eigentlich nicht. Punkt Nummer 3, der mir an dieser Baureihe so gut gefällt und übrigens ist das ein Riesenvorteil in meinen Augen gegenüber einer Pagode, ist eben die Kombination aus einer kurzen Roadster-Karosserie mit einem großvolumigen V8-Motor. Hier ist, wie gesagt, der 500er, also die Euro-Version drin, im Vergleich zum 560er in den USA und Japan und Australien und Kanada. Leistungsmäßig sind die auf einem Niveau und dieses Fauchen und dieses Hauchen des 5-Liter-V8-Motors ist halt bei offenem Verdeck sehr schön zu spüren, gerade wenn man so ein bisschen irgendwo auf der Bundesstraße oder auf einer Bergstraße so ein bisschen Gas gibt und so, dann hört man das Fauchen des V8-Motors und nebenbei, finde ich, ist er auch noch ganz hübsch anzusehen. Ich weiß, dass es viele Menschen gibt, die absoluter Fan des 300er SL sind und ich weiß, dass auch Fans des 280 SL da draußen sind. Und ich selber hatte auch mal einen 280 SL und fand den super und leistungsmäßig sind diese Autos ja nicht wirklich weit auseinander. Aber die Charakteristik des 5-Liter-V8 oder auch des 3,8, 4,2, 5,6, die ist einfach toll und da muss man schon eine Weile suchen, um eben, da gibt es natürlich auch aus England so TVR und so, gibt es eine ganze Menge und auch von Triumph und so, gibt es die Kombination Roadster mit V8-Motor. Aber hier ist halt in dem Mercedes besonders elegant verpackt und so unaufgeregt und die Leistung ist halt immer da und das Drehmoment. Und das ist eins der Punkte, also das begeistert mich richtig. Und deswegen war für mich auch irgendwann mal klar, von einem 280 SL auf einen 500er umzusteigen. Und bei mir sollte es damals gerne die modellgepflegte Variante sein. Mag auch nicht jeder, diese Kanaldeckefelgen kann ich gut verstehen. Ich bin ein großer Fan der Chromradkappen. Mein 280 SL war unischwarz und der hatte eben Chromradkappen in 14 Zoll mit 205er Reifen drauf, 2,75, 14 und dann eben innen schwarz lackiert, so wie es gehört mit dem Chromstern. Hammeroptik, fand ich fantastisch. Aber das Auto ist halt hier mir als Modellgepflegter in den letzten Baujahren, damals in den 80er Jahren, so sehr in Erinnerung geblieben. Und deswegen war ich froh, als ich damals einen 500 SL der Baureihe 107 Modellgepfleg gefunden habe. Weil das ist für mich so eigentlich die interessanteste Variante. Auch wenn ich immer klasse finde, wenn ein Kunde mich anruft und sagt, er braucht etwas für sein 71er 350 SL, finde ich auch immer klasse. So ein ganz frühes Modell, noch mit groben Schaltkulissen, mit den kleinen Spiegeln noch, mit der zentralen Uhr. Der Wagen hat halt eine unglaubliche Geschichte hinter sich und da sind halt so viele Detailveränderungen, was die Baureihe auch sehr, sehr spannend macht. Punkt Nummer 4 ist relativ schnell erzählt. Ich spare mir jetzt hier an dieser Stelle das Verdeck aufzuklappen, weil es hier relativ kalt ist in der Halle. Und wir hatten schon darüber gesprochen, dass das Verdeck, insbesondere die Scheiben, das nicht so mögen. Ich habe aber aus anderen Videos noch Aufnahmen, wo ich das einblende und jeder weiß ja, wovon ich spreche. Ein Punkt, der mir sehr, sehr gut gefällt und den ich damals, als ich in den 90er Jahren meinen ersten SL kaufte, immer richtig elegant fand, war, dass das Verdeck unter einem Verdeckdeckel untergebracht ist. Und das geht halt, weil das Verdeck ungefüttert ist, weil es dünn ist, weil es nicht so viel Platz verbraucht und weil es natürlich relativ kurz ist. Ich fand es immer so ein bisschen, ich bin ja, wie gesagt, habe ich schon erzählt, ein Fan von englischen Automobilen, aber ich fand es immer schade, wenn so das Verdeck hinten dann offen ist, so rumliegt oder eben eine Persenning extra umgeknöpft werden muss. Das ist natürlich bei vier-sitzigen Cabo-Lays fast gar nicht anders machbar. Also nehmen wir mal so ein Rolls-Royce Corniche Convertible. Naja, wo soll das Verdeck hin? Ich meine, das ist ein riesenlanges Verdeck und das ist auch noch richtig dick und mehrlagig. Ist klar, dass es aufbaut. Aber da hat man dann nach hinten so ein Paket, was mit einer Lederpersenning abgeknöpft wird und die Sicht nach hinten wird behindert und ich finde, es sieht auch nicht wirklich elegant aus. Der Rolls-Royce Corniche Convertible ist ein super Auto. Ich hätte es durchaus gar nicht. Ich hatte zwar Rolls-Royce und Bentley schon, aber nie einen Cabriolet. Ist ein tolles Auto, aber hier finde ich, ist der SL eleganter, weil einfach diese lackierte Verdeckdecke das Verdeck abdeckt und dadurch eben die elegante Linie nicht stört. Das ist auch übrigens eine Sache von dem originalen Mercedes Windshot, dass das eben oben drauf liegt auf dem Verdeckdeckel und dadurch die Optik selbst im eingeklappten Zustand ein bisschen stört. Wir vertreiben ja sowohl Windshots, die die Originalform nachahmen, die haben wieder ein bisschen andere Nachteile und dann gibt es noch die günstigeren Windshots, die schmaler sind, die weiter unten liegen und die haben vielleicht 10, 15 Prozent weniger Wirkung, wenn die aufgestellt sind, aber sie haben den Vorteil, wenn sie eingeklappt sind, sind sie von der Seite nicht zu sehen. Das finde ich eigentlich sehr, sehr clever. Das ist nicht der Grund, warum das so konstruiert wurde, aber ich finde, es ist ein sehr, sehr schöner Nebeneffekt. Und dieses Prinzip des Verdeckdeckels finde ich sehr, sehr schön. Das hat natürlich schon die Pagode gehabt, hat natürlich schon der W121, der 190 SL gehabt und auch der 300 SL Roadster. Eine tolle Tradition, die sich fortgesetzt hat. Heute hat das so gut wie jedes Cabrio. macht ja auch Sinn. Aber beim SL war es halt sehr, sehr früh schon so und das mag ich sehr. So, Punkt Nummer 5 ist ein bisschen schwierig zu zeigen. Ich versuche es trotzdem. Das ist eine kleine Sache, wo man sagt, naja, das ist ja für mich nicht ein Punkt, der unter die Top 5 gehört. Ja, aber ich möchte ja auch Dinge zeigen, die vielleicht vom Betrachter noch nicht so im Fokus standen. Und ich will ja, dass das Video nicht zu langweilig wird. Also jetzt über die typischen Tugenden zu sprechen, ist auch schon ein bisschen blöd. Deswegen will ich auch eine Sache ins Auge fassen, die ich bei diesem Auto besonders schätze. Und das ist die konkave Form des Kofferraumdeckels. Das ist halt letzten Endes abgenommen von der konkaven Form des Hardtops, was ja hier jetzt gerade nicht drauf ist. Der Deckel, der ist halt leicht nach außen angehoben. Und ich finde das designmäßig unglaublich spannend. Und jetzt war der Vorgänger SL, den ich fuhr, der silberne 88er 500 SL, ausgestattet mit einem diesem besonderen Extra. Mein Lieblingsextra habe ich in einem anderen Film auch schon beleuchtet. Code 262, Wegfall-Hack-Spoiler. Das ist ein Code, der von Mercedes auf den Markt gebracht wurde im Zuge des 450 SL C 5.0 für den Rallye-Sport, die Homologation, was dann auch als Modell auf die Straße kam. Der hatte ja als Erster diesen Gummi-Hack-Spoiler und der war damals der Renner. Also ich weiß, ganz, ganz viele 280 SL haben sich in den 80er Jahren diesen Spoiler da rauf gemacht. Ist halt Zeitgeist. Das kann ich verstehen. Ich war nie so ein Fan davon. Und mein silberner SL hatte, wie gesagt, den Code 262. Das heißt, der Erstbesitzer hat diese Spoilerlippe abbestellt. Das hat zwei Auswirkungen. Erstens, man sieht diese schöne, konkave Form vom Kofferraumdeckel, die sonst verloren geht durch den Gummi-Spoiler. Und man hat dann die Chromschwinge. Denn die Fahrzeuge, die ab Werk einen, also typischen 500er, die ab Werk diese Gummilippe hatten, die hatten dann nicht die Chromschwinge. Und die würde ich auch ein bisschen vermissen, muss ich sagen. Weil man, Mercedes hat gesagt, es wird zu viel und der Kunde kann ja an der Gummilippe den Kofferraumdeckel auf und zu machen. Geht ja auch. Und die haben dann eben diese Chromschwinge, aber dafür dann halt nicht. So, und als ich diesen Wagen fand, nachdem mein Silberner leider gehen musste und ich übergangsweise ein paar Jahre lang einen SL 320 der Baureihe 129 fuhr, schönes Auto, ist der Funk allerdings nie übergesprungen, hatten wir schon drüber gesprochen, fand ich halt den. Und erstens in meiner Lieblingsfarbe schwarz, zweitens ein 500er, drittens Modell gepflegt, viertens Abwerk, Code 262 Wegverheiztspoiler und ich wusste sofort, den Wagen muss ich nehmen. Das ist mein Auto, der hat auf mich gewartet. Jetzt werden viele sagen, du kannst ja den Spoiler abbauen oder du kannst dir halt einen anderen Kofferraumdeckel von einem 280er, 380er oder 560er oder so besorgen, legst den Deckel in die Garage und packst den Deckel rauf, lässt ihn lackieren, ja. Aber dann muss man halt den Wagen lackieren, beziehungsweise mindestens den Kofferraumdeckel und man muss dann auch noch die Federn tauschen, denn der Deckel wird ja jetzt leichter, dieser Gummispoiler wiegt einiges und die brauchten dann stärkere Federn, damit der Kofferraumdeckel ordentlich oben bleibt und nicht einem auf den Kopf fällt, wenn man einen Koffer oder ein Reservorad rausnimmt. Das muss man alles machen und der Wagen ist natürlich auch wieder nicht ganz original. Ist nicht schlimm, finde ich auch okay, solange man sich den Originaldeckel noch aufhebt, aber hier weiß ich halt, dass der ist ab Werk so ausgeliefert worden und das macht mir den Erstbesitzer, den Besteller des Fahrzeugs auch schon wieder mal sympathischer und damit macht es mir auch das Auto sympathischer. Also diese konkave Form im Gegensatz zu dieser konvexen Form, ich hoffe, ich mache es ja gerade keinen blöden Fehler, der Motorhaube, so eine kleine Designmerkmale liebe ich halt und das bei dem R107 halt besonders schön gegeben. Jetzt gibt es noch einen Punkt Nummer 6, der eigentlich gar nicht in der Liste gehört, weil er ja eigentlich nichts mit dem Auto selbst zu tun hat. Ich füge das trotzdem mal an, weil irgendwie gehört es für mich dazu, wenn jemand so ein Auto vielleicht kaufen möchte, wenn jemand sich für so ein Fahrzeug interessiert und in dieses Hobby einsteigen will, entweder das Hobby Oldtimerei oder in das Hobby Mercedes SL. Es gibt fast alles bei Mercedes oder bei Drittanbietern wie eben auch der Firma Motorform noch für diesen Wagen zu kaufen. Vieles leider nicht oder es gibt es momentan nicht, es wird dann wieder produziert. Ich weiß, dass zum Beispiel die Kühler momentan ein Riesenproblem sind. Klimakompressoren sind nicht so einfach zu bekommen. Im Moment sind für die modellgepflegten Fahrzeuge die unteren Querlenker nicht zu bekommen. Die kommen aber wieder, das wird noch ein paar Monate dauernfürchtig. Aber es gibt dort eigentlich, also insbesondere in Deutschland, einige Firmen, die sich wahnsinnig um das Auto kümmern. Das ist nicht nur die Firma Motorform, es sind auch noch andere Firmen. Und das ist für jemanden natürlich, der so ein Auto sich zulegen möchte, ein nicht unerheblicher Faktor. Denn wenn ich jetzt ein viel selteneres Auto fahre, was in Deutschland kaum auf der Straße ist, kaum zugelassen ist, dann ist natürlich die Gefahr groß, dass ich nichts bekomme. Ich muss dann entweder nach Italien, nach England oder nach Frankreich mir die Teile besorgen, was durchaus auch geht, oder manchmal kriegt man sie auch gar nicht. Keine Ahnung, wie die Ersatzteilversorgung für die Pneumatik von einem Citroën SM ist oder so. Ich denke mal, da wird es Spezialisten geben, die sich auf Citroën und dieses hydro-pneumatische Fahrwerk Augenmerk draufgelegt haben. Aber da gibt es mit Sicherheit auch viele andere Teile, die halt nicht mehr zu bekommen sind. Und bei Mercedes, speziell bei der Baureihe SL R107 und auch SLC C107, sieht die Ersatzteilversorgung ziemlich gut aus. Die Preise sind bei Mercedes direkt in den letzten Jahren absolut explodiert. Ich kann und ich muss irgendwie, es brennt mir auf der Seele, da nochmal irgendwann ein Spezialvideo zuzumachen, auch wenn ich möchte da auch irgendwie gar nicht stänkern. Aber ich verstehe nicht, warum bei Mercedes solche Dichtungen hier zum Beispiel so teuer geworden sind, dass man für so eine A-Säulen-Dichtung 1.000 Euro ausgeben muss. Also das erklärt sich mir nicht. Ich habe vielleicht von Großunternehmen und von Trolling keine Ahnung. Aber die werden halt auch reproduziert. Wir haben sie in zwei Qualitäten da. Einmal in der Basisqualität, da kostet es um die 45 Euro und einmal in der Qualität, die dem Original sehr, sehr ebenbürtig ist, wenn nicht komplett ebenbürtig. Ich mag mal zumutmaßen, dass wenn man unsere Dichtung in Originalqualität in einen Sack wirft und eine vom Mercedes-Benz gekaufte direkt mit rein und sie durchmischt und wieder rauszieht, dass man an den Details nicht erkennt, welche Dichtung jetzt wo gekauft wurde. Da ist das Original Textilvlies drauf, was bei der Basisdichtung da mit Velour beflockt ist. Hier ist es wirklich mit dem richtigen Textil. Die ist von der Gummikonsistenz, vom Weichegrad absolut identisch, von der Haltbarkeit absolut identisch und so eine Dichtung kostet bei uns 120 Euro circa. Und das finde ich schon viel Geld. Kann es leider nicht günstiger anbieten, weil wir auch sehr viel im Einkauf dafür bezahlen. Die Margen sind minimal bei diesen Dichtungen. Aber muss man da wirklich 1000 Euro für nehmen? Kann sich jeder gerne ein Bild selbst von machen und mal darüber nachdenken, bei welchen anderen Fahrzeugen, bei welchen anderen Oldtimern die Ersatz der Versorgung vielleicht schlechter ist als beim SL-R107. Das soll es für heute gewesen sein. Hat mich wieder sehr gefreut. War mir unglaublich wichtig, dieses Video zu machen. Ich hoffe, dieses Video wird jetzt auch nicht falsch verstanden irgendwie. Ich will mich auch für das erste Video gar nicht rechtfertigen, denn nochmal, ich stehe hinter allen fünf genannten Gründen und mag den Wagen aber wie gesagt sehr und hoffe, dass das in diesem Film rübergekommen ist. Wird mich über einen Like freuen, wird mich über weitere Abonnenten freuen, das wäre mir wirklich ein Fest und freue mich weiterhin über jeden Kommentar, egal, ob Pro oder Contra. Ich bedanke mich nochmal herzlich, bis zum nächsten Mal, Tschüss.